Guten Abend meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier im Hochhaus in der Herrengasse im ersten Bezirk, dem einzigen Hochhaus im ersten Bezirk, neben dem Stephansdom, dem höchsten Gebäude, einem Baudenkmal der 30er Jahre mit wunderbarem Rundblick. Ich freue mich heute ganz besonders zur Sendung Matt spricht mit, Hans Mahr, unter uns begrüßen zu dürfen, Journalist und Medienmanager. Ja, in der Reihenfolge. Ja, wunderbar, auf das kommen wir noch zu sprechen. Ich werde aber doch vielleicht zur Einleitung ein bisschen alle Ihre Jobs, die Sie ausgefüllt haben, mal kurz zitieren. Wir wollten doch eigentlich miteinander sprechen. Ja, aber das muss ich, damit die Leute mitbekommen, was Sie alles in Ihrem Leben schon angestellt haben, was Sie gemacht haben, welche faszinierenden Positionen Sie ausgefüllt haben. Was mich beeindruckt hat, Sie waren glaube ich schon mit 25 Jahren Leiter des Politikressorts der Kronenzeitung, stimmt das? Ja. Dann waren Sie Büroleiter des Wiener Bürgermeisters, Sie waren Wahlkampfleiter und haben die Öffentlichkeitsarbeit für Bruno Kreisky gemacht, Ende der 70er Jahre. Sie waren Berater von Hans Dichand, Kronenzeitung. Sie waren Chef vom Stern in Österreich. Sie waren Geschäftsführer der Kronenzeitung dann. Ich glaube, da wurde sogar die Kronenbund eingeführt in diesem Zeitraum, stimmt das? Das kann sich ungefähr aussehen. Ich habe nachgeschaut, aber das war eine große Neuerung, denke ich mal, damals. Sie waren Informationschef, Sportchef bei RTL, einige Jahre Chefredakteur bei RTL. Alles gleichzeitig. Alles gleichzeitig, ja. Vorsicht, Freiber. Wunderbar. Stellvertreter, Geschäftsführer unter Gerhard Zeiler. Sie haben dann bei Premiere waren Sie, Sportressortschef. Sie haben unter anderem den Herrn Schumacher, den großen Autorennfahrer gemanagt. Sie haben Falco gemanagt und heute sind Sie Medienberater. Darf man das so sagen? Ja. Gut. Sie haben ja in Ihrem Leben ungeheuer viel erreicht. Sie waren mitverantwortlich für Zeitungs- und Mediengeschichte im deutschsprachigen Raum. Keine Übertreibungen, also ein bisschen mitgeholfen. Mitgeholfen, gut. Und wenn man jetzt Ihren Hintergrund anschaut, Sie kommen nicht aus privilegiertem Haus, Sie haben sich das selbst erarbeitet. Würde es Sie stören, wenn man Sie als Selfmade-Man bezeichnen? Ach, das klingt so großspurig. Ich habe ja viel selbst erarbeitet, ja. Und ich bin stolz drauf und habe früher angefangen und habe immer viel, viel machen müssen. Nichts ist mir in den Schoß gelegt worden, sondern für alles habe ich also ordentlich mich bemühen müssen. Also Sie haben viel und gern gearbeitet? Ja, gern, sicher. Bis heute. Und es gibt ja keinen Grund, Arbeit als Belastung zu empfinden. Finde ich jedenfalls. Mir macht Arbeit Spaß und ich mache eigentlich nichts, was mir nicht Spaß macht. Und daher sehe ich auch nicht, dass ich irgendwann mit dieser Arbeit aufhören werde. Also Sie sind nicht jemand, der an Frühpension denkt? Na, da könnte ich schon sein. Könnte ich schon sein. Also das nicht. Aber mein Pensionsbeitrag steht jetzt schon langsam an. Wir haben auch noch keinen Frühpensionisten in der Sendung gehabt. Das ist meistens nicht so interessant. Aber Sie sind echter Wiener. Ich bin Vorarlberger und ich kenne also sehr viele, die hier in Wien leben. Ich habe zwei Vorarlberger Söhne. Also ich habe auch sozusagen Vorarlberger Beziehungen. Insoweit sind wir uns doch nicht zufrieden. Nicht zufrieden. Gut. Aber Sie waren, auf was ich hinaus will, dass Sie doch über 20 Jahre oder sehr lange im Ausland waren, immer wieder zurückgekehrt. Noch bin, noch bin. Ich bin ja noch immer im Ausland. Sie sind noch immer im Ausland. Sie sind aber heute hier und Sie waren oft hier in dieser Zeit. Aber trotzdem gewinnt man da einen Blick von außen. Was ist für Sie in all diesen Jahren die signifikanteste Veränderung, die Sie in Wien beziehungsweise in Österreich feststellen können? Gibt es da etwas? Bei Wien ist es einfach. Wien hat es sich von einer alten, grauen Stadt zu einer wirklichen Metropole, zu einer jungen Metropole entwickelt, die geil ist, die auf einer Ebene steht mit Berlin und die eigentlich international extreme Karriere gemacht hat, wenn man so will. Bei Österreich haben wir uns ein bisschen in den letzten Jahren zurückgezogen auf das, was wir so präsentieren können. Kunst und Kultur, ein paar Schlösser, ein paar Burgen und viel Gemütlichkeit. Das klingt fast noch Freilichtmuseum. Manchmal habe ich den Eindruck, es wäre gar nicht so schlecht, rundherum um die Grenze so ein bisschen an den Zaun aufzustellen und dann Eintritt zu verlangen. Das wäre ja vielleicht auch eine Möglichkeit, das Budgetdefizit zu bekämpfen. Aber das ist, muss ich sagen, so schön sich Wien entwickelt hat, so ein bisschen vorsichtig bin ich bei der Einschätzung des Landes Österreich. Ich glaube, wir sind viel zu wenig aktiv, wir sind viel zu wenig international präsent. Wie gesagt, bei Kunst und Kultur ja, aber sonst sind wir sehr zurückhaltend geworden, stellen unser Licht unter den Schäffel. Vor allem politisch. Sie haben lange Zeit in Deutschland gearbeitet und das schließt fast dann diese Lagebeurteilung an. Was ist in Deutschland anders, wenn man dort arbeitet? Naja, man arbeitet einfach leichter. Wenn du in Wien irgendwo hingehst und in einem Arbeitsbereich, könnte man das bitte erledigen und so, auch genau eine Beschreibung, kommt nach einem Tag wieder, ja, ja, stimmt schon, ja, 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 sind dabei, kommt nach einer Woche wieder, ja, ist in Arbeit, ja, und nach einem Monat ist man dann etwas ungeduldig schon und da wird es dann vielleicht doch fertig sein. In Deutschland, das ist schon ein Unterschied. Also ein Jahr ist in Deutschland ein Jahr. Ein Jahr ist in Deutschland ein Jahr und ein Tag ist ein Tag. Also wenn man kommt und sagt, bitte kann das erledigt werden, dann wird es auch erledigt und das wird auch erwartet. Es ist ein bisschen effizienter, es ist ein bisschen schneller, es ist ein bisschen, wie man sagt, auch professioneller im Arbeitsbereich. Aber es ist ja dann doch interessant, dass gerade Österreicher, wenn man den Medienbereich denkt, Thomas oder auch Zeiler oder Sie, Gläuber, dass die Österreicher in Deutschland durchaus im Medienbereich Karriere machen. Ja, wir waren noch viel mehr, also da haben sich schon wieder einige davon also zurückbegeben. Welche Eigenschaften bringt man da mit als Österreicher, die dann doch in dieser Effizienz, Kultur der Effizienz funktionieren? Ja, alle die, die geglaubt haben, mit dem Wiener Schmäh oder mit dem österreichischen Schmäh kann man so in Deutschland hausieren gehen und Erfolg haben, die sind enttäuscht worden. Wer in Deutschland Erfolg haben will, der muss einmal die Grunddeutschen, die Sekundärtugenden, Helmut Schmid, Zitat, beherrschen. Pünktlichkeit, Ordentlichkeit, Effektivität, alles das, was so einen ordentlichen Deutschen ausmacht. Wenn man da drauf auch so ein bisschen eine Kreativität streit, eine Prise, dann hilft das. Den Schmäh hat. Den Schmäh hat, das hilft. Aber die Grundtugenden, die muss man schon einhalten. Und alle die, die gekommen sind, nur mit dem Schmäh, die sind also erlendiglich gescheitert. Aber auf die Frage zurückzukommen, warum haben sich die Österreicher gerade im Medienbereich, aber im ganzen Kulturbereich so gut gehalten? Ich glaube, das hat mit dieser Enge von Wien zu tun. Wenn man in Wien sozialisiert wird, dann gibt es nicht so wie in Deutschland eine Branchensozialisierung. Also Journalisten treffen Journalisten, Manager treffen Manager, Sportler, Sportler. Da trifft sich alles. Auch aufgrund der Kleinheit. Aufgrund der Kleinheit. Ich erinnere mich, das ist auch schon länger her, da gab es am Freitag eine Premiere vom Flickflag vom André Heller, am Samstag eine Opernpremiere mit großen Tönorstars und am Sonntag das berühmte Preisschnapsen beim Almdudler. Und bei allen drei Anlässen waren genau dieselben Leute. Nämlich vom Gewerkschaftspräsidenten, also bis zu einigen Ministern, den wichtigen Journalisten, Managern und so weiter. Daher hat man als Wiener Österreicher, der in Wien lebt, relativ eine starke Beziehung über die Branchen hinaus. Man ist viel flexibler, man ist breiter, man ist offener und kann wahrscheinlich das auch dann auf die Dauer etwa dann in Deutschland besser umsetzen, die viel spitzer erzogen sind. Sie waren ja 68, glaube ich, schon bei der Krone. Nein, beim Express und dann bei der Krone. Das ist für die, die schon im fortgeschrittenen Pensionsalter sind. Ja, das stimmt. Das gab es. Das war damals eine Boulevardzeitung, die der SPÖ gehört hat. Den hat der Bacher, berühmte Bacher, ORF, hat die auch zum Teil geführt. Da habe ich also meine ersten, meine ersten journalistischen Schritte getan. Die sind sehr jung. Jetzt wollte ich Sie fragen dazu, war Journalismus Ihr Traumberuf? Wollten Sie das immer machen? Immer schon, immer schon. Also seit meinem, glaube ich, elften, zwölften Lebensjahr, da bin ich immer bei der Trafik um die Ecke, Wien-Hörnals, Hörnalser Hauptstraße, Wattgasse durchgesessen oder gestanden, besser gesagt habe, die Zeitungen lesen dürfen, ganz vorsichtig, damit sie auch nachher noch verkauft werden konnten. Und Journalismus, Journalist sein, das war mein Traumberuf. Und ich habe mit 14 begonnen, Sportberichte zu schreiben, Welt am Montag Sport und auch die Arbeit der Zeitung auch schon verglichen. Und bin dann eben, wie ich mit der Matura fertig war, habe ich noch ein bisschen studiert, wie alle, aber leider nicht fertig studiert und habe dann angefangen mit dem Journalismus, Express und Kronan Zeitung. Ich habe über Sie gelesen, da wurde Ihnen der Begriff zugeordnet, Sie seien ein Quoten-Junkie. Das habe ich mir dann gedacht, das passt ganz gut eigentlich auch zu dieser Leidenschaft für den Boulevard, für die Boulevardzeitungen. Was ist so anziehend am Boulevard? Ja, mein Quoten-Junkie heißt ja nicht unbedingt Boulevard. Auch die Kollegen von der Frankfurter Allgemeinen sind sehr froh, wenn sie mehr Zeitungen verkaufen. Naja, das ist absolut richtig. Das ist nicht unbedingt der Qualitätsschiene. Selbst die Institutionen für zeitgenössische Kunst sind froh, wenn mehr Leute kommen. Richtig, auch Museumsdirektoren haben das an sich so. Aber Quoten-Junkie bzw. was ist schön am Boulevard? Boulevard war ja eigentlich positiv besetzt. Der Boulevard, das kam aus den Zeiten, wo man in Paris auf den Boulevards auf den großen Straßen Zeitungen verkauft hat und die ausgerufen hat. Das war eine Boulevardzeitung, die dort verkauft wurde. Boulevard heißt eigentlich nur populär. Heißt, für viele Menschen da sein, für viele Menschen attraktiv sein. Nach einer Sprache finden Sie viele Menschen natürlich. Ja, absolut. Aber ich sehe überhaupt nichts Furchtbares am Boulevard. Ich finde, dass es eine Qualitätsfrage ist. Auch im Boulevard-Bereich gibt es guten Boulevard und halt weniger guten Boulevard. Nur, was ich mir immer dazu bekannt habe, ist, für möglichst viele Menschen hoffentlich qualitätsvolle Dinge zu produzieren oder zu verfassen. Wenn Sie jetzt die Zukunft der Zeitungslandschaft angehen, wir werden über das noch ein bisschen intensiver sprechen und einerseits sozusagen Boulevardzeitungen haben und die sogenannten selbsternannten Qualitätsmedien oder Qualitätszeitungen. Was glauben Sie, hat aufgrund der sich veränderten Gesellschaft mehr Zukunft? Ist heute schwer zu sagen. Ich glaube aber, dass die Qualitätszeitungen, also die Broadsheets, wie das im Englischen heißt, wahrscheinlich die Umstellung leichter schaffen können, nämlich die Transformation auch in den elektronischen Bereich, weil man nach mehr Information suchen wird, nach tiefergehender Information. Und da ist dieser Brand wahrscheinlich im Vorteil. Die man aber auch bezahlen muss. Ja, sonst wird das Ganze überhaupt nicht funktionieren. Nicht, also jedenfalls nicht mit gutem Journalismus. Die Massenzeitungen werden natürlich eher unter Druck gesetzt im Internet durch die schnelle, kurzfristige, auch unterhaltende Information. Die werden es schwerer haben, ihren Platz sozusagen in der neuen Welt zu finden. Es hat, Sie kennen ja den Falter und dessen Chefredakteur, den Herrn Turnherr, der ja immer am Schluss seiner Kommentare aufgerufen hat zur Zerschlagung der Mediamil oder dieses Medienkonzerns, Mediaprint. Und das hat aber vor ein paar Monaten aufgegeben. Ja, der Falter ist dadurch auch nicht stärker geworden. Ist auch nicht stärker geworden. Aber meine Frage ist folgende. Haben Sie nicht, oder er hat ja diese Medienkonzentration sozusagen angeprangert, auch im Hinblick darauf, dass es die Pressevielfalt beeinträchtigen würde. Wenn man sich aber die österreichische Landschaft anfragt, muss man nicht sich vielleicht die Frage stellen, hat diese Medienkonzentration nicht überhaupt eine gewisse Pressevielfalt noch ermöglicht? Und ermöglicht noch immer. Natürlich, der Kurier, das weiß man, ist nicht unbedingt in den schwarzen Zahlen. Innerhalb der Mediaprint kann er sich sozusagen noch immer weiterentwickeln. Und wenn man die ganze Zeit Schriftenlandschaft anschaut, wenn das nicht zusammengefasst wäre im Newsverlag, dann würde es die eine oder andere Produkte gar nicht mehr geben. Also, und dass die Meinungsvielfalt dadurch gefährdet ist, also das haben ja die Zeitungen selbst bewiesen, die Streit zwischen Krone und Kurier, die in dieser Gemeinsamkeit sind, sind ja legendär und lassen an Härte, glaube ich, nichts zu wünschen übrig. Also, wenn man so will, Format ist widerlegt. Nicht Format, sorry, der Falter ist widerlegt. Nein, wenn man jetzt so die Entwicklung der Zeitungslandschaft, und Sie sind ja dann absoluter Profi und Beobachter, wenn man diese Entwicklung verfolgt, sieht man, es treten die Chefredakteure der New York Times zurück, der Neuen Zürcher Zeitung, der Guardian, also großer Medien. Es ist, die Neue Zürcher Zeitung hat sich entschlossen, in Österreich nur mehr eine Online-, also eine Internetproduktion durchzuführen, die Zeitung nur mehr im Internet zu präsentieren, mit Michael Fleischhacker, früherer Pressechef, der ja auch schon in der Sendung war, und zum Beispiel Matthias Töpfner, Chef des großen Springer Verlages, hat offenkundig sich auch entschieden, mit dem Verlag Zeitungen abzustoßen und stattdessen eher in das Internetgeschäft einzusteigen. Wo liegt da Ihrer Meinung nach die Zukunft der Zeitungen, wenn man sich diese Entwicklung ansieht? Ja, die digitale Revolution ist natürlich eine, die die ganzen Medien auf neue Beine stellt, wenn sie das auch rechtzeitig machen. Man wird natürlich in der Zukunft nicht mehr nur mit Printprojekten und Printprodukten Furore machen können und davon leben können. Wir müssen transformieren, wir müssen sowohl Zeitungen wie die Zeitschriften in den digitalen Bereich transformieren, das heißt Plattformen im Internet setzen, sodass die Menschen Informationen aus beiden Bereichen bekommen können. Der, der noch so wie ich auch und vielleicht auch Sie, gern das haptische Art, der wird weiter die haptische Zeitung haben können, aber die Aktualisierung und die tiefergehende Information, die ist dann eben im Internet. Und drüber bleiben werden Produkte, deren Brand richtig bekannt sind und deren Brand sich auch dann eben im anderen Bereich, nämlich im digitalen, im Plattformbereich durchsetzen kann. Aber das kann ja nur funktionieren, wenn die Leute dazu erzogen werden, für diese Informationen auch im Internet zu bezahlen. Ich komme nochmal erst auf den Punkt zurück. Ohne das wird es keinen ordentlichen Journalismus geben, überhaupt gar keine Frage. Der erste Schritt muss jetzt sein, dass einmal alle Zeitungen an sich und alle Magazine im Internet als E-Paper-Version auch zu bezahlen sind. Es gab ja viele, die das sozusagen im Internet dann näher geschenkt haben. Jetzt muss man eine Bezahlschranke einführen, es wird gezahlt und auf die Dauer ist es natürlich egal, ob ich jetzt für mein Abonnement im Internet zahle oder für mein Abonnement als Printzeitung. Im Gegenteil, wenn ich es im Internet beziehe, wenn ich es digital beziehe, kann das Produkt ja viel billiger geliefert werden. Es fehlt weg der Druck, es fehlt der Vertrieb weg, der Ereinvertrieb ist eben über das Internet. Das ist die eine Möglichkeit. Also Sie sehen es gar nicht so dramatisch, diese Veränderung? Die Veränderung ist dramatisch, aber man muss es einfach Schritt für Schritt machen, anders wird es nicht gehen. Ich meine, wenn Sie nehmen jetzt die Kronenzeitung zum Beispiel, die Kronenzeitung verkauft über 800.000 Exemplare, hat fast 700.000 Abonnenten. Wenn es gelingt, einen Teil dieser Abonnenten, nur einen Teil, sagen wir ein Drittel davon, ins Internet zu bringen, wo sie weniger für ihre Zeitung zahlen müssen, dann ist bereits dieselbe Situation wie vorher gegeben, einfach von der finanziellen Seite her, dann ist eine solche Produktion möglich. Und das gilt natürlich für alle anderen Medien gleich. Nur wer jetzt anfängt zu schlafen und weiter schläft, für den ist die Geschichte dann irgendwann einmal vorbei. Ich habe erst vor kurzem bei einer Veranstaltung bei den österreichischen Medientagen, wo ich so umgeblickt habe und habe so die österreichischen Verleger zum Teil gesehen, habe ich mir erlaubt zu bemerken, dass ich den Eindruck habe, manche davon glauben, das mit dem Internet wird auch vorbeigehen. Also ich kann nur warnen, das bleibt. Das bleibt. Das bleibt. Das ist jetzt ein bisschen eine Warnung auch an manchen österreichischen Verlegern, nicht? Selbstverständlich nicht. Aber es gibt ja auch welche, die sich rechtzeitig darauf eingestellt haben. Das beste Beispiel ist der eigene Russ in Vorarlberg, der eine hervorragende Grundlagenarbeit geschaffen hat und der heute in praktisch allen Medienbereichen First Class ist. Und der wird in seinem lokalen Bereich, Vorarlberg, hier sieht es schon wieder einer, das wird dann auch bestehen bleiben, dieses Imperium Russ auch in der digitalen Ära. Es gibt, neulich hat es einen aufsehenerregenden Artikel gegeben von, ich komme wieder zurück auf die Bild-Zeitung, Welt, Springer Verlag, von Matthias Töpf, dem Chef des Springer Verlages, der mit Sätzen, wir haben Angst vor Google, die Zerschlagung von Google gefordert hat. Obwohl natürlich Springer, was ich fast der Ironie sozusagen, oder ein Treppenwitz der Geschichte empfiehlt, der selbst immer dieses Monopolproblem hatte. Und heute auch mit Google, abseits davon, dass sie den Kartellklang eingebracht haben, gleichzeitig kooperieren. Wie sehen Sie dieses Verhältnis zu Google von allen Medien, die wir jetzt haben? Ist das wirklich so problematisch? Ist Google ein Feind? Google ist kein Feind, aber Google ist eine Krake, die sich überall ausbreitet und irgendwann einmal auch die Meinungsfreiheit sozusagen einschränken wird. Und zwar tatsächlich nicht nur national, sondern international. Und deshalb hat ja nicht nur Töpfner gefordert, sondern das Europäische Parlament ja schon beschlossen, ob das was bringt. Wissen wir noch nicht, dass Google in der einen oder anderen Art und Weise einzuschränken ist. Zumindest, dass das Geschäft getrennt wird. Einerseits Nachschlagewerk Google, andererseits die gesamte wirtschaftliche Basis, nämlich Vermitteln von Anzeigen und so weiter, dass dieses Geschäft getrennt ist und nicht vermischt wird, weil die Monopolsituation ja sonst auch auf die gesamte Anzeigensituation übergreift. Da muss man sicherlich etwas machen und sicher geht überhaupt nicht, dass sich jemand wie Google alle Artikel nimmt, die es halt irgendwo gibt und dann einspeist und sie gratis so weitervermarktet. Und damit Werbung versieht und kassiert. Genau, und dafür natürlich auch noch kassiert, weil die kassieren immer ein Drittel. Also ich muss sagen, da ist Gott sei Dank ein bisschen in Europa, jetzt ist man in Europa aufgewacht und ich denke, da wird sich sicherlich auch etwas ergeben. Nur eines ist auch klar, Google wird nicht verschwinden. Also mit Google leben, aber in bestimmten geordneten Verhältnissen, sodass die Marktmacht nicht missbraucht werden kann. Der Mark Zuckerberg hat mal gesagt, wenn es Dinge gibt, von denen Sie nicht wollen, dass irgendjemand Sie erfährt, dann sollten Sie es nicht tun. Was sagen Sie zu diesem Satz? Ist der Gläser eine Bürger die Basis einer Demokratie oder das Gegenteil? Einerseits, andererseits, wie immer bei einem Österreicher. Ich habe es immer für mich persönlich so gehalten, wie der Zuckerberg das gesagt hat. Ich habe weder meine Freuden noch meine Leiden verschwiegen. Ja, meine Probleme weiß jeder, der mir irgendwann begegnet. Ich habe nichts zu verbergen und daher ist es mir auch völlig egal, was da im Internet nachgeforscht wird. Aber nicht jeder ist so. Also das ist sozusagen ein bisschen angewandter Exhibitionismus. Aber manche wollen das halt nicht. Und für die muss ich schon die Möglichkeit geben, dass es hier klare Grenzen gibt, dass ihre Integrität, ihre persönliche, nämlich das, was zum Namen, zur Person dazugehört, nicht verletzt wird. Aber das wären ja alles Aufgaben der Politik, einer zeitgenössischen Politik und man hat das Gefühl, dass man von der Politik zu diesen Fragen wenig hört. Das ist nicht nur die Politik, das die Gesellschaft im Moment überfordert. Wir sind ja jetzt in einer absoluten revolutionären digitalen Phase. Die meisten haben ja nicht einmal begriffen, was Facebook ist. Und ich bezweifle, dass mehr als zehn Prozent unserer Politiker wirklich auf Facebook sind. Oder wissen, wie das geht. Die meisten haben zu Twitter und zu Facebook sozusagen die Beziehung, Dankeschön, ich kenne schon genug Leute und verfolgen will ich mich auch nicht lassen. Das verstehe ich aber auch. Nur, da gibt es schon jetzt einen gewaltigen Druck, aber das nicht auf nationaler Ebene, sondern auf internationaler Ebene zu lösen. Also wenn wir glauben, wir als kleine Österreicher werden jetzt das ganze Problem der digitalen Gesellschaft in den Griff bekommen, eine Freundschaft. Gehren wir zurück zum altmodischen Medium Fernsehen. Sie haben ja bei RTL, bei Premiere in verschiedenen Funktionen gearbeitet. Sie kennen Fernsehen wahnsinnig gut, aber es waren Privatsender. Und wenn Sie jetzt das Verhältnis zu den öffentlich-rechtlichen Sendern sich anschauen, ist es zum Beispiel ein Klischee, dass Privatsender oder Privatfernsehen unpolitischer ist, dass öffentliches Fernsehen objektiver ist, weniger populistisch? Sind das Klischees inzwischen? Das haben wir alles durcheinander gewirfen. Also unpolitisch ist nichts. Ist keiner der Sender. Selbst wenn Sie wenig Politik berichten, ist das noch immer nicht unpolitisch. Ausgewogen, naja, die Ausgewogenheit, glaube ich, da unterscheidet sich nicht viel. Unterscheidet man nicht viel zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Sender. Populistisch, kommerziell, ja, das ist klar, aber da sind wir wieder beim Boulevardproblem vom Anfang. Das wird immer so als Vorwurf in die Welt gestellt, weil es ein kommerzieller Sender ist. Muss er populistisch sein? Was ist Populismus? Auch ein blöder Vorwurf eigentlich, dass ich möglichst viele Leute erreiche. Wann das Populismus ist, dann lasse ich mir das gerne gefallen. Das heißt, natürlich müssen private, finanzierte Sender, müssen schauen, dass sie möglichst viele Zuschauer haben und daher auch ihre Nachrichtengestaltung daran richten. Ich habe das immer gesagt... Sie haben ja gesagt, gibt es den Begriff Infotainment, habe ich gelesen. Also Nachrichten sollen auch unterhalten. Ja, Nachrichten sollen auch unterhalten, aber im Prinzip geht es darum, dass ich den Menschen beides liefere. Diese Nachrichten, die sie haben müssen, weil sie wichtig sind, Politik, Wirtschaft, Kultur, was auch immer, aber auch Nachrichten, die sie haben wollen, die sie nämlich interessieren, die möglicherweise Spaß machen, die unterhaltend sind oder die einfach für das tägliche Leben notwendig sind. Ich habe immer gesagt, wenn am Ende der Nachrichtensendung die einzige Konsequenz der Selbstmord ist für den Zuschauer, dann haben wir etwas falsch gemacht. Also das heißt, insoweit sollte das Ganze schon ein bisschen auch mit ein bisschen vergnüglichen Elementen verbunden sein. Nur Krieg, Tod, Verwüstung und so weiter wäre ein bisschen schrecklich. Aber wozu brauchen wir noch öffentlich-rechtliches Fernsehen, wenn das Private in gleicher Weise erfüllt? Und wenn wir noch öffentlich-rechtliches Fernsehen brauchen, warum reduzieren wir es dann nicht auf den reinen Bildungsauftrag? Also sprich beim ORF, wieso nicht nur mehr Österreich 3 und Nachrichten? Wieso braucht es diese ganzen Formate, die wir im Privatsendern auch sehen können? Das ist ja die ewige Diskussion und ich bin natürlich immer verleitet als Vertreter der privaten Medien zu sagen, auszusperren, aufs Reduzieren. In der Zwischenzeit bin ich davon ein bisschen abgekommen. Ich glaube, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk sehr wohl eine Aufgabe hat. Und eine Aufgabe über den ganz engen Kultur- und Politikbegriff hinaus. Also kein Minderheitenfernsehen für Bildungsauftrag? Wenn der ORF zum Beispiel ein reiner Bildungsauftrag ist, dann wird ihm kaum jemand zuschauen. Dann ist er in der Funktion auch überflüssig. Daher, wenn wir so etwas wollen, dann müssen wir auch den öffentlich-rechtlichen Anstalten, also zum Beispiel den ORF, die Möglichkeiten geben, breiter zu sein, sehr wohl Sport zu machen, sehr wohl Unterhaltung zu machen, denn sonst ist er überhaupt überflüssig. Wichtig ist nur, dass es eine gewisse Politikferne gibt. Ich meine, ich ferne zu den Politikern, nicht zur Politik an sich. Und da mache ich mir so meine Sorgen, weil das Kuratorium so zusammengestellt ist, dass es genau ausgeklügelt ist, wer wo, wie, wann stimmen kann. Und es kaum jemals eine Abstimmung gibt, wo nicht nach sozusagen Grenzen abgestimmt wird, nach Parteigrenzen. Na, das ist nicht gut. Und da muss man schon irgendwann eine Lösung finden, dass man es ein bisschen sozusagen in die Freiheit entlässt. Nicht die Journalisten, das ist schon wieder was anderes. Da hat es so viel Unsinn gegeben, dass die in der Zwischenzeit ihre Freiheit ordentlich erkämpft haben. Ich kenne keine öffentlich-rechtliche Anstalt, die so journalistisch unabhängig und frei berichten kann, wie das beim ORF der Fall ist. Ich weiß von ARD und ZDF, die wären froh, hätten sie diesen Status. Trotzdem sind Sie der Meinung, dass der ORF in Bereichen reformiert gehört? Alles wird reformiert und gerade, wir haben ja vorhin von der digitalen Revolution gesprochen, gerade beim Fernsehen ist natürlich hier eine Reform dringend notwendig. Es ist ja nicht mehr so, dass die Menschen nur auf dem großen Schirm konsumieren, sondern je jünger umso mehr. Konsumieren Sie es unterwegs, mobil, über die Smartphones, über Tablets und iPhones und iPads, da ist ja schon ein Unterschied. Sie suchen sich auch aus, wahnsinnige Sendungen anschauen, welchen Sender Sie wählen. Aber was ist das Rezept da? Gibt es da irgendeine Vorstellung, wie soll das Fernsehen in diesem Zusammenhang sich weiterentwickeln? Ganz einfach, es ist nicht so einfach, wie es gesagt ist, aber ganz einfach gesagt, best of both worlds. Wir brauchen das ganz normale, lineare Fernsehen sicherlich weiter, denn es gibt noch immer genug Menschen und nicht nur ältere Menschen, die damals von der Arbeit nach Hause kommen, sie einmal zurückgehen wollen und jetzt nicht sich selber fragen wollen, wollte ich das eigentlich sehen, wann will ich das jetzt, sondern einfach einschalten und sich ein bisschen berieseln lassen und auch mitreißen lassen von dem, was da ist. Und das ist vor allem Sport, das ist unterhaltende Elemente, auch diverse Nachrichtensendungen. Und die andere Welt, das ist die digitale Welt, dort kann ich mir alles abrufen, dann kann ich mir die Sendungen, die ich verpasst habe, zu der Zeit anschauen, wo ich es will und ich kann Einzelabrufe, also Video on Demand machen, ich kann mir die Filme bestellen und so, sodass ich beides machen kann. Und jeder Fernsehsender oder jede elektronische Anstalt muss natürlich auf die Dauer das Geschäft da wie dort betreiben. Und das macht zum Beispiel der ORF gar nicht so schlecht mit der TV-Take, allerdings auf die Dauer wird es nur gehen, wenn auch da gewisse Zahlströme eingebaut werden, denn auf die Dauer kann man auch das Archiv nicht verschenken. Naja, Sie waren ja für viele Fernsehsendungen verantwortlich, für verschiedene Formate, für viele auch grundsätzliche Entscheidungen, was die Anstalt betroffen hat, für die Sie gearbeitet haben. Was würden Sie als Ihren größten Erfolg bezeichnen und was waren Rohrkrepierungen, um es mal so zu sagen? Der größte Erfolg war sicherlich damals September 11, einstürzende World Trade Center Tower. Da war RTL und da war ich schon beteiligt dran, vom ersten Moment an dabei, bis die Öffentlich-Rechtlichen da reingeschaltet haben. Da war schon der erste Turm zusammengefallen. Also da hat das Team und hat RTL damals wirklich großartig geleistet. Das war auch ein bisschen mit meinem Erfolg. Wenn Sie es von den Sendungen her wissen wollen, dann glaube ich, dass es wirklich gelungen ist, so einen Prototyp herzustellen auf einer Nachrichtensendung, die nicht langweilig ist und wo man sich auch unterhalten kann, das ist die RTL Aktuell Sendung, plus eines auch die neue Form, wie man heutzutage Sport vermittelt. Da haben wir glaube ich und habe ich einiges mitgemacht und mit beeinflusst von der Formel 1 über die Champions League und Skispringen und so weiter. Ein Misserfolg. Misserfolg. Ich bin ein großer Verdränger. Also ein Misserfolg war sicher, wie ich damals bei Primäre war und wir nicht die Rechte bekommen haben für die Bundesliga. Und das war sicher ein dramatischer Misserfolg und da hat es mich dann auch nicht lange mehr gehalten. Dann wechseln wir jetzt das Genre und gehen wir in die Politik. Sie waren ja politischer Sekretär beim Wiener Bürgermeister bei Graz damals und dann haben Sie für Bruno Kreiske Ende der 70er Jahre mit den Wahlkampf gestaltet und waren verantwortlich dafür. Und wenn Sie jetzt sozusagen auf die Entwicklung der Politiker anschauen, auch der Politiker, haben Sie das Gefühl, dass heute Intellektualität keinen Platz mehr in der Politik hat oder auch anders formuliert, dass sozusagen Haltung durch Meinungsumfragen ersetzt wurde und Ideologie durch Opportunismus oder ist das ein zu negatives Bild? Das ist mir zu viel verschlagwortet. Zu klischeehaft. Das ist mir zu klischeehaft. Aber was hat sich geändert? Gerade wenn wir jetzt von den Meinungsumfragen sind. Der, der Meinungsumfragen erfunden hat, war der Karl Blecher. Damals IFES aufgebaut und der Kreiske war deshalb auch immer sozusagen gut bei den Themen, weil er aus den guten Meinungsumfragen wusste, was denn so gewünscht war. Nur eines war auch klar und das war immer seine politische Stellung. Man muss auch wissen, wie man steht und man muss etwas auch gegen sozusagen den allgemeinen Trend durchkämpfen. Wenn wir heute die UNO City anschauen und das Konferenzzentrum, das war wild bekämpft, wild bekämpft. Niemand wollte, das gab es eine Volksbefragung sogar, eine der Volksbefragung sogar, eine Abstimmung auch nicht, Volksbegehren. Volksbegehren. Genau, Volksbegehren. Damals von der ÖVP initiiert. Alles dagegen. Heute können wir uns das gar nicht ohne vorstellen. Oder nehmen Sie die Donauinsel. Also kein Mensch kann sich vorstellen, dass es damals wirklich eines der umstrittesten Projekte überhaupt war. Also da war halb Wien dagegen, alle waren dagegen, es war furchtbar, man musste das durchkämpfen. Der Graz, ich war damals in seiner Nähe, hat das durchgetragen. Heute die Donauinsel, 100.000 Leute an einem schönen Badesonntag da unterwegs. Kann man sich nicht wegdenken. Und der Hochwasserschuss funktioniert. Etwas, was die Städte Köln oder Budapest, Prag heute immer noch nicht haben. Das heißt, Sie sprechen doch für eine Politik, die auch manchmal gegen Meinungsumfragen gemacht wird. Wer immer nur den Leuten hinten nachläuft, der wird immer nur ihren Hintern sehen. Da gibt es ja das alte Sprichwort. Das heißt, auf der einen Seite muss man sehr wohl auf die Ströme eine Rücksicht nehmen. Überhaupt gar keine Frage. Politik ist die Kunst des Möglichen und auch des Machbaren. Das heißt, gegen die Menschen kann man nicht Politik betreiben. Aber man kann natürlich seine Überzeugung haben und kann Projekte vorantreiben, Überzeugungen vorantreiben und etwas machen, wo man der Zeit schon voraus ist. Ich glaube, dass die Bürger das auch wollen. Ich glaube, dass das ist, was ihnen heute am meisten abgeht. Das heißt, ich würde nicht kritisieren den Populismus. Sind wir schon wieder da? Da bin ich immer ganz anderer Meinung, dass das Ganze in Ordnung ist. Aber dass man nicht doch eine Agenda hat, dass man sagt, das und das und das, das will ich noch erreichen. Das ist wichtig für dieses Land. Das sind die Großprojekte. Dort sind die Meilensteine. Sondern die Kleinmütigkeit, sich immer von Projekt zu Projekt und von Problem zu Problem weiter zu handeln. Da gibt es schon großen Verbesserungsbedarf. Können Sie sich an irgendeine Anekdote erinnern, die Bruno Kreisky in Ihren Augen ganz gut beschreibt? Bei Bruno Kreisky gibt es unendlich viele. Ein Zitat von ihm oder eine Anekdote von ihm ist mir sozusagen auch ein bisschen in Fleisch und Blut übergegangen. Er hat immer gesagt, mein Gott, man muss die Menschen lieben. Auch wenn es manchmal sehr schwer fällt. Und seitdem habe ich mich entschlossen, so wie er die Menschen zu lieben, weil es bleibt dann eh nichts anderes über. Jetzt kommen wir zu einer ganz anderen Politiker, konservativen Politiker, mit dem Sie sich aber auch, glaube ich, ganz gut verstanden haben, nämlich Hilmut Kohl. Was haben Sie an Kohl geschätzt? Kohl war ein Urvieh. Er hat diesen bösen Beinamen Generalist gehabt, aber das war auch gleichzeitig seine Stärke. Weil er hat auch so wie Kreisky, das muss man sagen, eine Agenda gehabt, etwas aufbauen wollen, etwas erfüllen wollen. Ich glaube, dass er gerade der richtige Mann zur richtigen Zeit war bei der deutschen Wiedervereinigung. Wie er das angegriffen hat und vollzogen hat, großartig. Oder Airo, natürlich kann man heute sagen, ist früh und Griechenland hätte nicht dazu und so weiter. Wäre es damals nicht gekommen, hätten wir es wahrscheinlich heute nicht, noch immer nicht. Und das war der Kohl, der an bestimmte Dinge geglaubt hat, die mit aller Macht durchgesetzt hat und der natürlich konservativer war und daher mir ideologisch wahrscheinlich gar nicht nahesteht. Aber es war mit ihm immer sehr angenehm zu reden, zu diskutieren und er hat auch zugestanden, dass man andere Meinungen haben durfte, was bei jedem Politiker nicht unbedingt der Fall ist. Sie sind ja nicht bei der Politik geblieben, wie wir wissen. Und tut Ihnen das leid, Sie könnten heute ein ganz erfolgreicher Politiker sein. Ich weiß es nicht. Also ich bin vielleicht ein bisschen zu unangepasst. Also ich bin auch ein bisschen zu unvorsichtig in den Dingen, die ich sage und manchmal vielleicht auch tue. Politik ist schon eine ganz mühsame Sache, nicht? Weil alles, was du sagst, kann gegen dich verwendet werden und so weiter. Aber Politik ist ein faszinierendes Geschäft. Sie könnten es ja noch machen. Naja, es ist noch nicht aller Tage Abend und eine neue Karriere ist immer etwas Interessantes. Aber ich will die damit nicht ankündigen um Gottes Willen. Da muss man aufpassen im Fernsehen und in Österreich. Sie waren oder sind ja immer noch, kann man so sagen Sozialdemokrat oder stehen zumindest der Sozialdemokratie nahe. Haben aber immer für Privatsender gearbeitet, die durchaus einem kapitalistischen Profitdenken verpflichtet waren. Und da stellt sich natürlich die Frage auch nach 1989, nach einer völligen Veränderung der bipolaren Welt. Was macht heute noch ein Sozialdemokraten aus? Was macht den Sozialdemokraten Hans Mahr aus? Ja, persönlich stehe ich nach wie vor zu den Idealen der Sozialdemokratie. Ich glaube, dass man das Leistungsprinzip auf der einen Seite mit dem sozialen Ausgleichsprinzip vermählen muss. Es kann nicht sein, dass einige weniger Eliten sozusagen alles krapschen, alles in ihre Säcke stopfen und für die Masse der Menschen nichts überbleibt. Daher bin ich immer aufgeschlossen für jede Art von sinnhafter, nicht Umverteilungspolitik, sondern Politik, die einen sozialen Ausgleich bringt. Das geht über Bildungswesen, das ist mein großes Anliegen. Ich habe fünf Kinder, daher weiß ich, wovon ich spreche. Das gibt es aber für die Benachteiligten in der Gesellschaft und, wenn man will, auch alle die Migranten, die wir bekommen, die wir dringend brauchen, weil sonst werden wir sozusagen schon langsam immer weniger werden und auch weniger bedeutend sein. Sehen Sie die Ideale in der jetzigen Sozialdemokratie noch verwirklicht? Ich meine, jede sozialdemokratische Partei ist eben eine Partei, ist eine Verwaltungseinheit. Die ist weniger als die Herrenziele. Man bemüht sich, man könnte sich mehr bemühen. Das heißt, man kann von einer Identitätskrise sprechen, um es etwas härter zu formulieren. Ja, das betrifft aber nicht nur die Sozialdemokratie. Alle klassischen Parteien sind in einer Identitätskrise, weil sie ja als Vertretungsorganisationen aufgebaut wurden. Nicht, also um die Arbeiter zu vertreten, denen die Rechte zu bringen und so weiter. Und in einer Zeit, wo sich diese ganzen Unterschiede mehr oder weniger auflösen, wo das neue Proletariat nicht der kleine Arbeiter ist, der geknechtet wird, nicht nur, der kann es noch immer sein, aber ganz genauso der kleine Landwirt sein oder überhaupt der Arbeitslose, der nicht mehr vermittelbar ist. Wo sich alles so ändert, verändern sich da auch ein bisschen sozusagen die Generalstrukturen. In Wahrheit müsste man alle die klassischen Parteien heute neu erfinden und neu gründen. Die Sozialdemokratie natürlich unter ganz anderen Voraussetzungen. Wenn man die ÖVP anschaut, eine Partei, die aus Bünden besteht, die miteinander eigentlich nichts zu tun haben. Ja, weil ich meine der ÖAB mit dem Bauernbund, bitte, was soll das? Ja, das überhaupt. Und das Schade ist, dass es überhaupt keine liberale Partei gibt, nicht? Also das Liberale in der SPÖ ist ein bisschen zurückgedrängt worden, finde ich jedenfalls. In der ÖVP versucht man es gerade ein bisschen wiederzubeleben, nicht? Und wann liberal ist, dass ich bei mir umarme, ehrlich gesagt, das ist mir auch zu wenig. Ganz was anderes. Sie waren ja auch Manager von Falco. Und wann war das und wie war das? Ja, das war in den 80er Jahren bei den größten Erfolgen. Ich wollte ihn damals als Testimonien haben für eine Kreisky-Kampagne, wie ich noch im Wahlkampf tätig war für Bruno Kreisky. Und der hat gesagt, du bist doch verrückt, die Politik kommt ja nicht in Frage. Aber wir haben uns persönlich eigentlich ganz gut verstanden. Und wie ich dann nachdem Kreisky aus der Politik ausgeschieden ist, auch rausgegangen bin, hat er mich angerufen und gesagt, Alter, ich habe gehört, du bist nicht mehr beim Kreisky. Ich habe gesagt, nein, bin ich nicht mehr. Alter, dann kannst du was für mich machen. Und so begann es eben. War das lustig? War das lustig? War das lustig irgendwie mit dem? Das war Rock'n'Roll. Das war ein richtiger Rock'n'Roll noch mit allen Begleiterscheinungen, die man haben will oder nicht haben will. Aber es war erfolgreich. Ich meine, Falco ist nach wie vor der einzige Österreicher, was heißt der Österreicher, der einzige deutschsprachige, außer Bert Kempfert, der Nummer eins in der amerikanischen Hitparade war. Und mit ihm zusammen ein Stück des Weges zu gehen, war mehr als faszinierend. Und ich lebe bis heute davon, dass ich einen Einblick ein bisschen bekommen habe, wie das wirkliche Innenleben eines Sängers, eines Künstlers, eines Kreativen, eines tausendprozentigen Kreativen aussieht. Und vielleicht habe ich auch dort gelernt, mit diesen Leuten dann auch anders umzugehen, was mir dann wiederum bei all den anderen Tätigkeiten zugute gekommen ist. Irgendwo habe ich gelesen, da haben Sie zu dem Begriff Ausgewogenheit Stellung genommen und haben gesagt, das geht Ihnen wahnsinnig auf die Nerven. Die Leute wollen mehr Authentizität. Ja, Ausgewogenheit finde ich so, das ist ja keine Tugend an sich. Was ist schon ausgewogen? Ja, zwischen Rotwein und Weißwein mische ich zusammen, dann habe ich ausgewogen Wein. Sozialpartnerschaft. Ja, Sozialpartnerschaft ist aber nie ausgewogen, sondern die kämpfen miteinander, bis sie so weit sind, dass es einen Kompromiss gibt. Aber ein Kompromiss ist ja nicht ausgewogen. Der darf auch gar nicht ausgewogen sein. Da müssen sich schon beide wiederfinden können. Ich glaube, dass Ausgewogenheit deshalb keinen Sinn hat, weil Ausgewogenheit, hinter dieser Ausgewogenheit verbergen sich immer alle, die keine Meinung haben. Ja, da kommen wir jetzt zu einem Zitat. Ich habe das also auch gelesen in einem Interview. Ich glaube, Sie haben das Interview damals der Welt gegeben. Und da haben Sie gesagt, wenn jemand Sie als nett bezeichnet, dann würden Sie gerne zuschlagen. Ja. Dann haben die gesagt, wenn man Sie als verschlagen bezeichnen würde, würde ich auch zuschlagen. Also ich, und Sie, ich gehe nicht in diese Falle, ich bezeichne Sie wieder als nett noch als verschlagen, sondern wollte eigentlich wissen, was macht Ihren Erfolg aus? Also so viele Qualitäten haben Sie dazu gebraucht? Also offenkundig nett und verschlagen gehören nicht dazu. Also Erfolg, mein Gott. Ich habe ein bisschen was erreicht und das freut mich und das erfüllt mich nicht nur mit Stolz, Stolz ist überhaupt ein blöder Ausdruck, sondern auch mit großer Dankbarkeit denen gegenüber, die mir das ermöglicht haben. Und ich habe ja immer relativ gute Bezugspersonen gehabt, nicht? Wenn Sie wollen, gibt es einen Grundstock, ich habe immer persönliche Beziehungen. Da lerne ich am meisten, da schöpfe ich die meiste Kraft und das war im gesamten Bereich, politischen Bereich natürlich auch der Bruno Kreisky. So einen Menschen gibt es seit einem Land wie Österreich alle 100 Jahre mal, nicht? Da kann man lernen, da kann man dankbar sein, wenn man mit ihm eine Zeit verbracht hat. Und wenn Sie wollen, im ethischen Sinne, was der Kardinal König, den ich wirklich geliebt und verehrt habe, der hat mich immer eingeladen, so einmal im Monat durfte ich immer mit ihm essen. Und da war ich noch bei der Kronenzeitung Reporter und ich war immer entstanden und habe gesagt, Herr Kardinal, wieso ich danke herzlichst, aber ich bin sogar evangelisch. Da habe ich gesagt, das ist mir völlig egal, aber Sie sagen mir wenigstens noch was los ist rundherum. Das sagen mir die anderen gar nicht mehr. Auch ein Kompliment. Und der dritte, dem ich so viel zu verdanken habe, ist der Hans Dichand, der Gründer, Herausgeber, Eigentümer Eulis Kronenzeitung, der natürlich mein journalistischer Lehrmeister war und von dem ich heute noch lebe, wann ich ab und zu mich noch immer äußere zu journalistisch-medialen Fragen. Sie sind ein Vielreisender. Sie sind verheiratet, haben Kinder. Verheiratet nicht, aber so wie. Aber Kinder gibt es. Viele. Wie wird das akzeptiert quasi von Ihrer Familie und ist dieses Reisen bei Ihnen berufliche Notwendigkeit oder mehr ein Lebensmodell? Ist ganz schwierig. Ist ganz schwierig. Erstens einmal, ich reise wirklich gern. Also Lebensmodell. Auch Lebensmodell. Auf der anderen Seite, das was ich ausübe, den Beruf oder die Aufgaben, die lassen sich nur durch Reisen oder lassen Sie die nur erfüllen. Das heißt, halb vieler hin, halb triebe sehen. Würde ich nicht gern reisen, würde ich den Beruf gar nicht ausüben können. Insoweit ergibt es sich ganz gut. Und persönlich kann ich nur meine Frau zitieren, die gefragt wurde, sagen Sie in diesem ganzen Showbusiness und so, wo Sie ja da drinnen seid. Meine Frau, für die das nicht wissen, ist auch im Fernsehen, moderiert eine Nachrichtensendung, eine große. Wie kommt das? Ihr seid jetzt schon 17 Jahre zusammen. Und da hat sie gesagt, mit der entwaffneten Ehrlichkeit netto sind es eigentlich nur vier Jahre. Nicht, weil die meiste Zeit war ich sonst unterwegs. Bitte. Das ist auch eine Erklärung. Ein Bezept, wie Ehen oder wie Beziehungen lange standhalten, nicht? Ja, für die Auer und für die Lufthansa sozusagen ein Erfolgskonzept. Nein, ganz im Ernst, ich reise gern. Aber ich mache auch eines, sage ich auch ganz offen. Reisen ist für mich nicht Selbstzweck. Ich könnte nicht meine Aufgaben erfüllen in Flughafenhotels. Das macht mich wahnsinnig. Also wenn ich irgendwo bin, dann muss ich auch das Gefühl haben, ich habe irgendwas, auch wenn es nur Stunden sind, ich stehe ungern in der Früh auf. Aber in St. Petersburg bin ich aufgestanden in der Früh, zeitig, weil um 8 Uhr hatte ich die Genehmigung, dass ich in die große Ausstellung gehen konnte. Und habe mir das angeschaut, Winterpalast und das war wunderbar. Und um 9 Uhr war die Sitzung und irgendwo habe ich das Gefühl gehabt, ich war in St. Petersburg und habe nicht nur sozusagen Hotelzimmer gesehen. Sie wurden ja ausgezeichnet für vieles. Sie haben viele Titel bekommen, Professorentitel und so weiter, worauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Den ich aber nicht führe, für den ich dankbar bin, aber nirgendwo. Keine Visigkarte. Aber Sie sind Feinschmecker des Jahres, Sie wurden auch Weinnase des Jahres. Also Sie lieben offenkundig gutes Essen und gutes Trinken. Und da gibt es die Anekdote, dass Sie, wenn Sie in einem Wirtshaus sind, dass Sie gelegentlich in die Küche gehen, um den Leuten dort zu zeigen, wie man es macht. Stimmt das? Ist leicht übertrieben, aber ich bin ein lästiger Gast. Das ist richtig. Also ich versuche schon, wenn es mir nicht so schmeckt, denen zu sagen, warum es mir nicht so schmeckt. Und das gefällt nicht allen. Ich bin aber nicht so eingebildet, also ich glaube, ich kann besser kochen. Ich bin beim Essen weit besser als beim Kochen. Was würden Sie in Ihrem Leben, Sie haben so vieles gemacht, was würden Sie eigentlich jetzt noch gerne machen? Also würden Sie vielleicht jemandem noch gerne zeigen, wie man es richtig macht in anderen Bereichen? Ach Gott, mit dem zeigen, was man richtig macht. Ehrlich gesagt... Aber was würden Sie noch gerne machen? Wenn ich wirklich so weit bin, dass ich ein bisschen mehr Zeit habe, dann würde ich mich wieder einschreiben auf der Universität und möchte noch ein Studium abschließen. Ich weiß noch nicht genau welches, aber eins würde ich noch gerne abschließen. Nicht wegen dem Doktortitel, sondern einfach um auch das, was bei mir unvollendet ist, auch hier vollendet zu haben. Das klingt jetzt wahnsinnig beruhigend, also es muss sich niemand Sorgen machen, den Job zu verlieren, weil Hans Mahr vielleicht mit mehr Qualität in den Job einsteigt. Er will auf die Universität. Dankeschön. Student. Student. Er will auf der Thesek though, weiter hoş geldt. Ach du werend wieder sein. Danke Herr Mann, war wunderbar. Danke schön. Jetzt wieder wiederlaufend. Durch das Zit champion bzw. Und dann wollen wir es Ihnen Ihre Aufmerksamkeit füravoast. Anhänger dazu. Ich wünsche Ihnen Ihre Aufmerksamkeit für Heinr wooden und Auswert-Mann in den Busenn ray. Hey Jörg mal super하창 Das heißt or2 Montag duż für eingeschайт fürlerini. Investitions batererweise, das reliedrolling aus und er дом-ch concret so eine здоровheit einz. Vielen Dank.